Anti-Diarrhoicom. Anti-Diarrhoicom ist die Bezeichnung für Arzneimittel gegen Durchfall. Diarrhoe ist Durchfall und Anti-Diarrhoicom ist eben ein Arzneimittel gegen Durchfall. Es gibt verschiedene Methoden gegen Durchfall, es gibt verschiedene Medikamentengruppen in der Schulmedizin, es gibt auch in der Naturheilkunde Arzneimittel gegen Durchfall, zum Beispiel gibt es dort Quellstoffe oder auch gerbstoffhaltige Phytotherapeutika, manchmal hilft zum Beispiel indischer Flohsamen oder es gibt auch im Yoga eine Art Anti-Diarrhoicom, das wäre die Vorwärtsbeuge eine halbe bis eine oder gar zwei Stunden zu halten. Ein langes Halten der Vorwärtsbeuge hilft, dass der Darmtrakt sich wieder beruhigt. Allerdings, angenommen du hast Durchfall, dann ist durchaus gut erstmal ein paar Stunden Durchfall zu haben, eventuell hast du etwas gegessen, was nicht gut ist, was entweder vergiftet war oder irgendwelche Mikroorganismen hatte, die für deinen Organismus nicht gut sind, dann ist erstmal gut, wenn es durchflutscht und danach ist aber gut, den Durchfall, die Diarrhoe zu stoppen. Manchmal kann es auch gut sein, zum Beispiel ein Medikament zu nehmen wie Imodium akut bei einer Reisekrankheit und dann ist der Durchfall gestoppt und danach Leber wieder gesund. Was nicht angebracht ist, ist zu lange Zeit zu fasten bei Durchfall, denn der Körper braucht zum einen Salze und er braucht auch etwas Zucker, was du zum Beispiel bekommst über Salzstangen oder auch über Knäckebrot oder auch über Zwieback. Und manchmal wird eben auch empfohlen, aus der Apotheke bestimmte Mittel mitzunehmen auf Reisen, für die, dass man das hat, was man braucht, dass man nicht letztlich nachher austrocknet oder nicht mehr die richtigen Salze hat. Man kann auch einfach eine Kochsalzzuckerlösung zu sich nehmen, auch die kann helfen, dass man bei einer Diarrhoe nicht in Probleme kommt. Ja, also, im Besten ist es, du ernährst dich gesund, du bist vorsichtig auf Reisen und dann brauchst du vielleicht nicht so häufig ein Antidiarrhoikum zu nehmen und ansonsten kannst du mit einem Arzt besprechen, wenn du auf Reisen gehst in Länder, wo vielleicht die Reisekrankheit öfters auftaucht, also Reisedurchfall öfters auftaucht, was du dort machen kannst und es gibt auch in der Pflanzenheilkunde, in der Homöopathie effektive Mittel gegen sanften Durchfall. Reisekrankheit